Ich lerne Deutsch. Nummer 9561 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schaue mir das Problem gemeinsam mit meinem Kollegen an. Ich schaue mir das Problem gemeinsam mit meinem Kollegen an. Jedes Jahr von Juni bis August fahren Mähdrescher und Traktoren auf die Felder, um Getreide zu ernten. Die Spinne ist nicht echt. Es handelt sich um eine Halloween-Dekoration. Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Der Freizeitpark ist vor allem für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Der Freizeitpark ist vor allem für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Apotheker ist ein Gesundheitsdienstleister, der auf die Herstellung, Lagerung, Abgabe und Beratung von Arzneimitteln spezialisiert ist. Ein Apotheker ist ein Gesundheitsdienstleister, der auf die Herstellung, Lagerung, Abgabe und Beratung von Arzneimitteln spezialisiert ist. Notärzte arbeiten in der Regel auf Rettungswagen oder Notarzthubschraubern. Notärzte arbeiten in der Regel auf Rettungswagen oder Notarzthubschraubern. Notärzte arbeiten in der Regel auf Rettungswagen oder Notenfactorger in der Regel auf Rettungswagen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like! Vielen Dank.